Liebe Fans von goldenkamera.de, wir sind heute in Orlando, Florida im Trainingscenter der WWE und sprechen mit dem deutschen Profi-Wrestler, der Mac. Moin Moin! Ja, es ist ein ganz besonderer Wettbewerb, weil zum ersten Mal tatsächlich 32 Wrestler weltweit, also die nicht von der WWE kommen, die Chance haben, sich bei der WWE zu beweisen und gegeneinander zu fighten. Und ja, wir geben alles, dass wir an der Spitze natürlich stehen können und dass wir gegebenenfalls vielleicht hier mit einem Vertrag ausgehen. Definitiv, also Träume werden wahr, auch wenn es manchmal noch ein bisschen surreal ist für mich, aber es ist greifbar. Man sieht tatsächlich, wie schnell man an diesem Punkt sein kann, wie schnell man hier im Performancecenter stehen kann mit harter Arbeit. Und ja, jetzt gebe ich Gas und auch hier bleiben zu können. Ja, mein Kampfstudio ist eine Mischung zwischen dem klassischen Wrestling, dem technischen Wrestling und dem High-Flying Wrestling, dem neumodernen Wrestling. Und ja, das bringe ich zusammen und will was ganz Besonderes zeigen und ich glaube, das gelingt mir ganz gut. Also als Konkurrenz würde ich das nicht sehen. Ich glaube, Tim Wiese ist da zwei, drei Gewichtsklassen über mir. Und es ist super, je mehr deutsche Wrestler wir haben, desto mehr Publikum aus Deutschland guckt Wrestling. Und Tim Wiese ist eben einer der Wrestler oder der Leute, die es wirklich schaffen können. Untertitelung des ZDF, das war's für uns. Untertitelung des ZDF, 2020